Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Silent House oder House of Silence. Und ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und habe endlich die Schaufel gefunden und bin wieder bis hierher gelaufen. Es hat mich jetzt keine Ahnung, wie lange gedauert, aber gut. Machen wir hier weiter. Was haben wir hier? Hey. Was denn? Ähm, Kohle? Ich weiß nicht, was sollen wir bezahlen? Verdammt, ich hoffe wir finden da nochmal irgendwas. Oh Gott, ist das hier dunkel drin? Was ist das hier? Ein Goldnugget und ein Diamant. Goldnugget, Goldnugget, Goldnugget und Love of a Mother und Knochen. Okay. Oh Gott, wir hören hier irgendwas. Leg mal die 5. da rein. Jetzt ist irgendwas aufgegangen. Oh Gott. Ach was? Ich weiß noch mal, ob hier drin jetzt irgendwas ist. Hier oben ist es ja wirklich stockfinster. Hier sehen wir ja gar nichts. Oh Mann, aber ich glaube jetzt, wir brauchen nur noch die letzte Träne, oder? Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Verdammt. Verdammt. War da gerade was? Die hier? Ja. Oh mein Gott, hier sind... ...ein Skelettschädel. Okay. Jetzt mal kurz das Buch hier anschauen. Und Love of a Mother hat man auch nicht gelesen. Mom has to get back to her grave. Dig up her... ...was a mystic and we have to pay... ...have paid for it. Only eight bones and her skull. Please, brother, get to the backyard. Burry her and make this nightmare end. The first brother to the force. Okay. On Love of a Mother, my beloved sons, ...my time is up, but I don't want you to cry. My loss, let me go and don't try to bind me to this world. Don't be sad of my death and happy of my life. I will always love you, your mom. Kann das sein, dass wir... ...da wird die letzte Tränenfeld am Anfang weggeschmissen? Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf. Nein, 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 nein. Was? Was denn? Na super, jetzt sind wir wieder hier. Hä? Okay. Aber... Hä? Hier... ...waren wir hier nicht schon mal? Wo ist der Keller? Ja, hier waren wir doch schon mal überall. Verdammt, wo sind wir hier gerade? Das ist doch stockdunkel. Wir müssen irgendwie... 3 Diamonds and you will... Yay! Oh mein Gott, wir sind... Sind wir hier draußen? Irgendwo? Nein. Scheiße. Wo ist der Ausgang? Oh mein Gott, wir sind draußen. Was ist das hier? Hä? Okay. Wir müssen... Wir haben doch alles dabei jetzt. Wir müssen echt schauen, ob wir es beenden können. Das hier. Und das. Haben wir es jetzt gerade geschafft? Was ist mit der Tür dort? Warum hören wir hier gerade Villager? Puh. Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht so ganz. Jetzt ist urplötzlich alles Tag. Und... Anscheinend sind die Brüder, die wir hier gefangen haben... ...sind jetzt alle wieder normal. Haben wir jetzt den Fluch gebrochen? Er läuft hier auch weg. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Yay! Oh man. Auch wenn es mit den Minecraft Sachen war, irgendwie fand ich es dann doch schon ganz schön gruselig an manchen Stellen. Ich weiß nicht, wie es da euch dabei ging. Aber... Ach so, hier hätten wir dann... Ah, okay. Hier hinten hätten wir sie quasi auch wieder erwecken können. Okay. Na gut, dass wir das hier zuerst gesehen haben. Deswegen haben wir sie quasi... ...beerdigt. Damit verabschiede ich mich dann aber auch für diese Map. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit jeder Menge Bau-Action. Wir haben da schon ein ganz gutes Projekt geplant. Lasst euch überraschen, was wir beim nächsten Mal dann für euch im Petto haben. Also dann... Ciao, ciao. Ciao.